Hey Freunde und herzlich willkommen zu dem neuen Fortnite Battle Royale Video auf meinem Kanal. Ihr könnt es schon sehen, Leute, ich habe die Taucher-Skin drin, Kacki drin, was auch immer. Und wir sind hier gerade auf einer Unterwasser, beziehungsweise gerade sind wir noch auf der Oberfläche, Leute. Wir springen aber gleich in die Map rein, machen dann ein ganzes Battle Royale mit Flutenkisten und werden dann bis zum Tode unter Wasser kämpfen, Leute. Mit dabei haben wir heute mal wieder den guten Weakness. Äh, bonjour? Leute, Weakness, nicht Weakness. Für alle, die das unterstanden haben. Der nächste, der mich als Weakness anschreibt, ne? Ich schwöre, ich finde seine Adresse, ich finde, wo er wohnt. Nein, Leute, weil tausend Leute verwechseln die ganze Zeit Budak mit Weakness oder sowas. Ist aber egal, Leute. Auf jeden Fall haben wir da noch Ode, mein Peach mit dabei. Jack, komm, halt mich. Titanic, bitte, Leute. Halt mich fest. Ich habe eine Ananas auf dem Rücken. Jungs, da hinten, Titanic stößt gerade rein. Nein, hier ist es. Und Leute, D-King ist auch noch dabei. Ja, ich bin auch wieder dabei. Ah, scheiße. Ja, genau. Ihr könnt es auch schon sehen, beziehungsweise nein, ihr könnt es noch nicht sehen. Wir haben eine Unterwasser-Map am Start. Okay, Jungs, ich würde sagen, seid ihr alle bereit? Let's go! Dann suchen wir uns kurz einen Spot aus und springen jetzt sofort in die Map. Ey, ey, ey! Ja. Du hast dich fast runtergeschubst, Digga. Weißt du das? In drei, zwei... Ja, egal, Leute. Auf geht's! Wir springen in die Map. Und das hier ist die Fortnite-Batterjahr-Unterwasser-Map. Leute, ihr könnt es schon sehen. Wir haben hier hinten den Main-Tower. Dann haben wir da hinten einfach so eine richtig extreme Höhle. Da hinten haben wir das, die Depots, zumindest eine Lagerhalle davon. Und hier einfach Factory haben wir dann, Jackson. Also, das ist schon mal richtig geil gemacht. Deswegen erstmal Respekt an das Bauteam. Links sind unten in der Videobeschreibung. Da zeigen wir halt immer, wie die ganzen Sachen bauen und so weiter, Leute. Und nicht vergessen, wir haben jetzt nur ein einziges Leben. Sprich, wenn wir jetzt sterben, dann sind wir eben für diese Runde raus. Und wir machen ein Best of Five. Wo seid ihr? In der Höhle, ich komme nicht mehr raus. Wir haben gerade so einen Pettel in der Höhle gemacht. Nicht normal. Oh mein Gott. Wer ist da im U-Boot? Oh! Was? Digging? Dein Ernst? Oha. Er drückt mir 100 Schaden. Komm her, Junge. Nein, geht bei viel, ich will nicht gegen dich, Captain. Tschüss. Seid da oben das Bruder auf dem U-Boot drauf? Leute, gebt euch mal dieses U-Boot, Junge. Wie geil das aussieht, Alter. Hallo? Oh mein Gott. Wacht, du mich bitte? Bruder, ich gucke dich drei Sekunden lang an. Du guckst an mir. Ja, Junge. Ich sehe halt überall den Schüsse, Mann. Nein, nein. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich sehe, wie Odomann gestorben ist. Ich bin tot. Digga, ich war gerade am Heelen, Digga. Ich habe gesehen, wie du den Juggy in der Höhle... Ey, Bruder, lass es sein. Komm her, Junge. Warte, ich gebe mir kurz die Waffen von Odomann. Komm, gib ihn. Junge, du mit deinem Pömpeln, Alter. Ey, wie der diese scheiße spammt. Ne, Dicke. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen die Regel einführen, dass so Sachen wie Pömpeln und Drifts und so weiter nur einmal benutzt werden dürfen, weil sonst ist halt viel zu OP. Und Digga, Safe raus, Digga. Nee, Bruder, ist raus, Bruder, ist raus. Nein, ich wusste es. Digga, ich bin's. Oha, oha, Digga. Was war das? Er wurde gerade Death Metal Sänger, Digga. Ja, Leute, die erste Runde war jetzt... Naja, egal. Ich würde sagen, wir droppen jetzt mal die zweite Runde. Von daher geht es los in 3, 2, 1. Gib ihm und ich bringe jetzt hier hinten rechts irgendwo hin, weil hier ist die Höhle, Armada Jackson. Hier kriegt man, glaube ich, geilen Loot. Hoffe ich zumindest. Bruder, in der Höhle, geh geradeaus, da kommt diese Special-OP-Kiste. Die kann man mit Hilfe nehmen. Danke, Bruder. Du bist dumm. Kein Ding, Habibi. Hilf ihm, Digga. Okay, Leute. Schon mal, die erste Woche ist richtig krass. Die zweite... Boah, naja. Na ja, ist in Ordnung, Leute. Ich würde aber sagen, wir müssen jetzt schnell uns beeilen, damit wir erstmal die Kills holen, weil sonst haben die anderen gleich auch noch guten Loot. Ich hab guten Loot. Bruder, Mann? Ja. Ah, Bruder, hör doch auf. Ey, das ist meine geile Truhe, Digga. Hör doch auf. Das ist voll die geile... Kleiner. Oh, mein Gott. Komm her. Komm her, du kleinen Weich... Kleiner. Oh, Junge, ich treffe nichts. Er hat P90, Digga. Oh, mein Gott. Ich schwöre, ich brauche eine Shotgun, ne? Ich bin ohne Shotgun so mild. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wo versteht ihr euch? Okay, mal gucken, wo D-King ist. Bruder, aber ich bin kein Eigenziek. Hä, ich verstehe dich nicht. Na, halt deinen Maul. Digga, ich bin seit einem Jahrhundert, ich hab keinen gesehen. Ich seh gerade auch keinen. Obwohl ich richtig... D-King kriegt gerade los, deinen Kopf. Oh, ich bin zwar so kacke, dass ich alles so nebengeschossen habe, aber egal. Hast du D-King? Nein, noch nicht, aber jetzt gleich habe ich ihn. Ich sag dir in 3, 2, 1. Oh. Oh, mein Gott. Komm, Digga. Auf geht's. Okay, der erste Kill ist schon mal drin, Leute. Ich bin richtig eklig unterwegs, Digga. Warum? Sag ich dir nicht. Nur sag doch. Ne, sag ich dir nicht. Main Tower oben. Ich weiß nicht, wo Burak ist, deswegen versuche ich, dich zu snipen. Äh, zu killen. Oh, mein Gott. Er hat einen Sniper. Du doch auch. Ja, aber du hast einen starken Sniper. Er macht so Blockbuster für... Mein Gott. Er hat einen Sniper. Warte, warte. Nein, nein. Er macht so... Oh, mein Gott. Er hat einen Sniper. Komm her, Digga. Komm her. Komm. Oha. Komm. Oha. Klein Basch. Komm doch. Komm doch. Klein Basch. Nein. Boah. Ich muss der abkühlen. Goodbye, my brother. Jetzt füllt du nach Burak. Und ich schwöre, ich habe jetzt zwei Kill gemacht, Leute. Wenn ich jetzt sterbe... Burak, du musst du den größten KS-A meiner Jaxen. Das Ding ist... Burak ist auch mein Plan. Ich habe dich supported. Du hast einfach meine Mission. Du hast alles erledigt. Und jetzt hole ich dich... Achso. Oh. 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, wo bist du denn, mein Lover? Oh, mein Gott. Nein, hör auf, Burak. Hey, Burak. Hey, hey, hey. Hör auf. Hör auf. Hey. Wer nur wollte... Hey. Komm mal, Digga. Und du hast mit dem zusammengearbeitet, um mich zu killen, Digga. Ja, ähm. Leute, ich muss jetzt alle drei Runden gewinnen, damit ich hier noch irgendwas reißen kann. Und von daher geht's jetzt direkt los. Wir suchen uns sofort einen Loot. Und jetzt will ich einfach jeden wegrushen, Alter. Auf Ansage. Oh, mein Gott. Da ist Digging. Da ist Digging. Komm her, Digging. Komm her. Hä, bist du dumm? Ich klatsch den jetzt, Alter. Jetzt reicht's mir. Oh. 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 Digging? Scheiße, Digga. Ich war gemütet in den Stummkopf. Wow. Die Sache ist, jetzt ist er davon weggekommen, Alter. Oder? Bitte, lass mich. Komm her. Lass mich. Wow. Buh. Ich hab doch gesagt, ich wasch jetzt jeden weg, Alter. Reicht mir jetzt. Auch wenn ich gerade, keine Ahnung, zehn Hits gemacht hab mit Axt oder drei Pistolen jetzt. Aber egal. Okay, Bruder. Ich... Oh, okay. Okay, Bruder. Hab ich mir okay, okay, okay. Wir können das doch mit Worten klären. Hä? Wo? Wer war das? Wo bist du? Wer war das, Digga? Jun, wo bist du? Digga, wer war das, Mann? Hat dein Maul jetzt? Wo bist du? Kleiner Weißer, Digga. Digel-Action? Komm. Komm. Ich hab doch keine Digel, aber egal. Oh, mein Gott. Digga, die Hitschmecken. Komm her, Junge. Er sagt, er hat keine Digel. Ich hab doch keine Digel, Junge. Ey, warte mal. Ich will Burak holen, Digga. Der hat mich gerade auch abgefuckt, Digga. Ja, komm. Wo ist der? Kill Burak, Digga. Wo ist der, wo ist der, Digga? Wo ist der? Komm mal, wo der ist, Digga. Ich warne dich jetzt schon vor. Wenn du kommst, bist du ein toter Mann. Ja, weil du eine Pumpgun hast, du ekelhafter. Wallah billah, ich hab keine Pumpgun. Burak hat so ein ekliges Item, Digga. Oh, mein Gott. Ach, komm. Geh doch weg, Digga. Jetzt hast du auch noch, Digga. Warte, ich will Burak holen. Oh, Burak. Digga, ist das denn schon Team? Oder, äh, äh. Äh, kid me, äh, ich hab dich nicht gesehen. Wo warst du, Digga? Digga, Burak spammt schon wieder seine Disco-Bombs, Alter. Ich will doch nur Automan holen. Digga, dafür hol ich jetzt, Burak. Schöne Hitze, schöne Hitze. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Ganz kurz. Ja, kill mal kurz, äh, Odeman. Warum soll der mich kippen? Komm jetzt her, Digga. Burak, ich tanze auch. Junge, ey, ich, dieser Junge, ne? Gib mir die, der ist ein Igel. Gib mir die, der ist ein Igel. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, was ein schöner Hit. Nein. Ey. Oh mein Gott. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Komm, Digga, letzter Hit. Nein, Junge. Burak. Burak. Digga, du musst ihn einmal treffen. Nein, ich wollte nur kurz der Kunde Minis. Alter, Junge, was war das für eine Runde? Ja, der erste Win war auch schon mal ziemlich easy, Leute. Ich würde sagen, wir holen uns direkt den zweiten. Von daher geht's los in drei, zwei, ach, halt dein Maul. Let's go, Alter. Er sagt gleich zwei, eins, und springt runter. Ey, geil, Bruder. Oh, okay. Burak, die redet am selben Spot. Warte. Komm, gib ihm. Oh mein Gott, Digga, ich bin mal hier. Oh mein Gott. Hier ist die Kiste. Komm, 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 komm. Nein. Ich bug, Digga, ich bug. Komm her, komm her. Halt's mal, der Döschlösch hat mich eigentlich. Digging, rennen. Digging, rennen, Digga. Digging, rennen. Okay, bei Odeman auch gerade die Misa-Fight. Oh, bam, Junge. Komm, Digging, wo bist du? Oh, ja, Bruder, es tut mir leid, dass ich direkt am Anfang gekillt habe. Digging hat keine Waffe. Oh, Digging auch nicht? Ey, ich treffe aber keinen Schuss. Oh mein Gott, bist du scheiße. Ich enthaufe dich, Digga. Ist die in der Hände? Nein. Fuck, Digga. Er rennt weg, Digga. Er nimmt keine Waffe. Komm, 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 komm. Ja, Digga, wenn ich jetzt stehen bleib, dann bin ich eh tot. Nein, fuck. In der Ernst, Digga. Jetzt komm her, Junge. Ich hab nur eine Waffe, Digga. Ich auch. Digga, lass mal zwei Minuten kurz. Eine Truhe, komm, eine Truhe. Nein, Pickaxe-Bettel, komm. Pickaxe? Ja. Ich kriege 400 Leben, Digga. Ja, ich auch. Hat dir so nichts gezogen, Digga? Ja, 40. Okay, komm, 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 komm. Komm, wenn du dich traust, komm. Oh, okay, ohne springen, weil sonst treffen wir uns nicht. Komm, komm, Digga, komm, Junge, was, meine Mutter, du kleine Barsch. Was, was, was? Komm, 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 was los. Oh, shit, 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 oh, shit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab 40 AP. Ich hab 40. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Guck mal, wie er Waffe gezogen hat, Digga. Du, wie er Waffe gezogen hat, Digga. Hör auf, nein, hör auf, komm. Komm, gib Kuss, gib Kuss, gib Kuss, gib Kuss. Okay, ein Kuss aber noch. Ein, du kleiner. Du warst ein Kuss, Bruder. Du einundreißiger, Digga. Du einundreißiger, Digga. Boah. Bruder, das war doch mal eine Art von Kuss, kennst du nicht? Digga, hey, warte mal, warte mal. Du musst jetzt das letzte gewinnen, ne? Oder Urak gewinnt es. Okay, Leute, jetzt wird es, glaube ich, richtig spannend. Wir haben jetzt zwei Wins. Das heißt, der letzte Win könnte uns jetzt den Sieg holen. Aber, weil das jetzt sonst zu langweilig war, würde ich sagen, machen wir jetzt ein Alles oder Nichts. Sprich, derjenige, der jetzt gewinnt, der reißt die ganze Runde mit sich und holt einfach das ganze Battle halt, ja? Also du meinst, ich werde gewinnen, danke. Du meinst, halt dein Maul, Alter. Okay, Bruder, geht schon los, Digga. Gib ihm, Alter. Ich gehe wieder hier hinten zur Höhle. Weil bei der Höhle ist safe eine spezielle Kiste und die kann man sich easy gönnen. Wenn ich jetzt aber eine Shotgun habe, Leute, dann hau. Oh, okay. Okay, keine Shotgun, aber scheiße. Hö, hö, scheiße. Er fühlt richtig die Angst. Bruder, alles gut bei dir? Ja, Bruder, und bei dir so? Ja, ist auch alles easy, Digga. Ich bin da nur kurz, ja, tschüss. Ja, mach's gut. Okay, Digga, hoffentlich jetzt noch eine Shotgun. Halt doch dein Maul, Alter. Auge, Bruder, Auge. Du hast richtig Auge. Warum hast du Auge? Auge sitzt wie die Eins auf ein Freund, der Gönnt nicht mal. Ich will, er gönnt nicht mal, Digga. Ich find das so geil, wie hier alles so in der Luft hängt, Alter. Die Map ist echt geil gebaut, Alter. Oh, der hat ewig gute Waffe, Digga. Dig King. Willst du direkt verraten, wo ich stehe? Das ist der Nachteil, wenn mein Dig King als erstes killt. Der verrät immer einfach irgendwelche Sachen. Du hast Dig King schon gekillt? Ja. Warst du Dig King schon tot? What the? Ah, ja, stimmt, was du hier vor mir beschlechtert. Hey, er jumpt da in der Mitte so, oder? Ey, 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 Bruder, hör doch auf. Wo seid ihr? Ich wollt dich gerade trollen. Auf einmal, ich krieg von Dusty Depot... Ja, Bruder, von mir, Digga, lecker. Ey, wo bist du, Udo, Mann? Das ist der Depot obendrauf. Oben drauf? Ja. Ey, was geht, Udo, Mann? Ey, Bruder, chill. Was geht? Chill, 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 chill. Ey, Jungs, ich habe nur zwei Skullpistels. Hört doch auf. Hey, hey. Ich habe nur zwei Skullpistels. Ey, Jungs. Wir treffen mich eh nicht mit eurem Bob, ey. Ja, treff doch, treff doch. Chill. Bruder, das war dafür, dass du mich vorher gekillt hast, obwohl ich zwei Kills gemacht habe, Alter. Oh mein Gott. Alter, dein Maul. Udo, Mann, hol ihm Witze. Digga, ich mach jetzt ohne... Warum grimmst du nicht, Bruder? Weil du mich geholt hast. Komm mal, du Ekeliger. Komm doch mit deiner Diegel, Digga. Ich mach doch auch nur Jagd-Action. Okay, komm. Oh mein Gott, Digga. Wie bei der Person Bob, ey. Oh mein Gott. Komm doch, du kleiner Bob. Nein. Nein. Du, Mann, Bruder, ich will nicht nur reden ohne Blue Life, ja? Bleib mal kurz stehen, damit ich dich snipe kann, du... Du kleiner Batsch, Digga. So wie du bei mir vorhin, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das Battle, Digga, ich scheiße mir in die Hose, Digga, weil das so spannend ist gerade. Oh mein Gott, Digga. Ey, habt ihr Popcorn? Oh mein Gott, Digga. Was hat denn den grafischen Shots gegeben? Digga, ich hab deine Ehre genommen, Digga. Bisschen von mir, ich krieg kein Wort mehr mit dir, Digga. Ich bin King-Otoman. Ey, Bruder, du musst dir die Zweide-Schüsse geben. So krank. Aber gut, Alter, ich will sagen, Odewan hat dir sozusagen deine erste Runde geholt und damit alles zerrissen gerade, Alter. Bitte lass mich noch was sagen. Was denn? Ich weiß nicht. Ja, okay, Leute, Odewan ist gerade ein bisschen Lampenfieber. Aber ich will sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ihr bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die Maps seht, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und leist noch einen Daumen nach oben da, Leute. Benutzt gerne meinen Creator-Code KidMap im Shop. Wer das gemacht hat, kann es auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was für eine Farbe eure Unterhose habt und was ihr für Allergien habt. Digga, aber auch bis zu wissen, was für eine Unterhosenfarbe habt. Oder weil ich gerade so viele Sachen in die Kommentare habe, die es einfach sagen lassen. Keine Ahnung. Aber gut, Leute, es war alles für Spaß. Ich würde sagen, Crate-Code KidMap macht's gut. Haut da rein, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin immer noch krank. Crate-Code unterstützen. Genau. Peace.